Ich bin sicher, Sie erkennen viele der Gesichter hinter mir. Sie gehören den mächtigsten Männern und Frauen auf dem Planeten. Sie sind zudem auch Teil einer globalen Verschwörung. Einer Schattenorganisation, die sich über alle Kontinente erstreckt. Und das schon seit drei Jahrzehnten. Sie besteht aus mächtigen Personen aus Regierung und Privatwirtschaft. Manche nennen diese Gruppe den Kabal. Und die Welt, in der Sie leben, ist eine Welt ausschließlich nach deren Vorgaben. Sie beginnen Kriege, schaffen so Chaos. Und wenn es Ihnen entgegenkommt, beenden Sie sie. Kabal-Mitglieder bewegen mehr Geld im nächsten Quartal als die Weltbank im ganzen nächsten Jahr. Ihre Allianz bewirkt grundlegende Veränderungen in allen Aspekten des menschlichen Lebens. Bei dem Wert und der Verteilung von Rohstoffen. Bei Geld, Waffen, Wasser, Kraftstoffen. Bei der Nahrung, die wir essen, um zu leben. Bei den Informationen, auf die wir uns verlassen, die uns sagen, wer wir sind. Was erwarten Sie von uns? Was sollen wir mit diesen Informationen machen? Analysieren Sie sie. Untersuchen Sie sie, um die Wahrheit rauszukriegen. Und berichten Sie dann davon. Und um das ganz klar zu sagen, wenn Sie gegen diese Gruppe ermitteln, werden Sie automatisch zu einer Bedrohung für die. Wenn Sie machen, worum ich Sie bitte, dann setzen Sie Ihr Leben und das Leben derer, die Sie lieben, großer Gefahr aus. Am Ende kommt die Wahrheit heraus. Nicht alle von uns werden diesen Tag erleben können, aber die Wahrheit kommt heraus.